Mein Quad mit dem Fallschirm ist in einem Baum hängen geblieben. Ui. Ist man hier drauf? Neu. Ach du meine Güte! Ich brauch Hilfe! Oh fuck! Was ist denn was? Ich hab dich mit Fallschirm getötet. Au, ich bin runtergefallen. Aber ich leb noch. Oh Gott, wo ich hier stehe? Ich rette dich bitte, oder? Das war so geil. Ich kann dich retten, Junge. Du musst durchhalten. Hast du dich im Fallschirm gekillt? Ich wurde getötet in der Luft. Das ist kontraproduktiv. Das sind einfach undankbare Menschen. Diese Gegner. Scheiße! Ich hab ein Gunship beim Wegfliegen mit ner Gewehrgranate getroffen. Was? Ich bin noch... Ich bin noch... Ja... Ich bin brutal. Du sitzt eigentlich auf Kampfgebiet im Dschungel oder so? Ja, ich hab grad einen da getötet. In diesem Augenblick, wo du gefragt hast. Was für ein Schuss. Ich hab noch einen erwischt. Und noch einen. Ha! Und noch einen. Ha! Fantastisch. Du bist hier gewesen. Na kein Mis establining. Hach mir Overall fielded. So. Ich habe ein Stほ. Und da hat erstmal Marge. Das låst du haben Gardner pro Este. Es ist vollständig20, ey. Ich habe keine Leiley an Sachen. Das nennt man Taktik. Mhm. Hab grad zwei Leute im Nahkampf gekillt. Ja, ich hab ihn.